Grüß euch! Ich zeig euch wieder mal ein paar Sachen bei Video und den Rest wieder bei Fotos Das große Loch für das Querbett 1.95 bin ich Ich schau, dass ich auf 2 Meter komme, dass ich zum Schlafen komme Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, da sieht man jetzt ein bisschen was von hinten mit den Ohren oder Bocken, weil ich habe jetzt eine Liegefläche von 2,05 Meter. Super, also auf der einen Seite sind wir über die ganze Packung gegangen, das ist ca. 1,05 Meter x 60 mit Eigenblech, also rausgeschnitten. Fenster sind auch schon drinnen, abbiegt, wunderschöne Fenster, wunderschöne Fenster. So, jetzt gehen wir nach hinten und vorbei. So, und zu unserem nächsten Kastl, ist das nicht lieb, das ist die Hälfte, ein bisschen weniger wie die Hälfte. Also wir haben das jetzt gemacht, 50 x 60 Höhe, wieder mit Eigenblech, wegen der Schiebedür. So, jetzt geht's mal, wie wir bei uns zusammenhängen. So, das ist ja, wir uns hier mal Séum Var. thi onde sind mismos die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte auch sind ... Vielen Dank.